Hier haben wir den Shoei X-Spirit 3. Dieser Helm ist ein Integralrennhelm und wurde speziell für diesen Zweck gefertigt. Er ist eine verbesserte Version des älteren X-Spirit 2 und ist einer der besten Rennhelme, die heutzutage verfügbar sind. Die Schale ist mit ihrer AIM Plus Technologie gefertigt und das bedeutet in erster Linie Glasfaser, aber auch einen Mix an organischen Fasern. Die Belüftung ist wesentlich bei einem Rennhelm. Also hat Shoei uns sechs Einlassventile und sechs Auslassventile gegeben. Das ist ein Hauptfeature des X-Spirit 3. Das Visier ist für Pinlock-Scheiben vorgesehen und die Scheibe wird mitgeliefert. Das Visier versinkt in der Schale des Helmes, wenn es geschlossen ist und sorgt für eine enge Passform, um die Aerodynamik und Geräuschdämmung zu verbessern. Im Inneren ist das Futter des Shoei entfernbar, waschbar, Feuchtigkeit transportierend und antibakteriell. Das Futter kann auch angepasst werden. Dieser Helm hat auch ein Notfallschnellentriegelungssystem und eine mehr dichten EPS-Schicht für die Sicherheit. Checkt auf jeden Fall die volle Rezension des Shoei X-Spirit 3 auf YouTube aus, wenn ihr mehr wissen wollt. Bis zum nächsten Mal.